Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu ARK, 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 Valhalla. Und ja, wir, ich sitz, also wir sitzen hier immer noch, ne, eigentlich sitz ich überhaupt nicht mehr, ich sitz ja immer noch auf Berg und Warte und der Giganto ist schon lang weg. Äh, ja, Giganto, wollte ich sagen und, äh, ja, mit am Start ist der Noxi, der Geiserich, beziehungsweise Janek, der Sajid Möller, ein freundliches Hallo meinerseits, und mein großer weiser Freund, der Nero ist jetzt auch mit am Start. Ja, selber grüß Gott. Grüezi, alle mit den anderen. Ja, genau, hallo. Ah, ich sehne den, oh, oh, der Rennkarten. Weg, 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 weg. Der rennt grad einen Felsen hoch. Oh, 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 oh. Der rennt nicht den Felsen hoch. Hoffentlich nicht unseren Felsen. Nein, er jagt jemanden. Ja, mich. Na komm. Da ist grad bei mir, der ist grad bei mir den Felsen hochgejagt. Äh, okay. Ist egal, locken weg. Passt. Wo ist der denn? Ey, du lockst den, ach nee, das ist wieder ein, wo ist denn der? Hier hin. Ey, Janek, wo bist du? Komm her. Beim Quetzel. ich zieh ich logge ihn so weit weg wie es geht bis wie viel soll ich denn denn ungefähr runterhungern bevor wir mit dem prime meet anfangen hat da jemand eine schätzung ich hoffe einfach weg aber sag gut dass wir dann bald ein quetzel haben und ein giganto auch dieses viel braucht kein menschen siehst du hast wieder ein kilometer vom lager entfernt lager mindestens mindestens ein kilometer und mit stahl umzäunt mindestens schal titan stahl grupp stahl wer ist mit dem elektrozaun mit selbstschlussanlagen sind hier schon wieder und bienen dürfen nicht fehlen und was um bienen ja natürlich bienen wachbien eine million die los oh gott ich höre treten an er sind brondo das fiege da da kommst du komm her auf damit junge doch weg von euch er kommt zurück scheiße komm her hier sollst du hin hier komm komm nach mir komm nach mir ja ja habe ich dich getroffen ja jetzt kommst du jetzt kommst du doch wenn ich schlecht da kommen kommen die schritte schon wieder her das ist definitiv nicht von satz schon sehen diesen v8 ist brondo hier wo ich bin dieses kind brondo bei uns denn der packt da fest der packt geil dann kannst du töten ja mein kling abkommt ich mach mal jetzt mit der mischung hier was für ein geiler hat das hier bebt doch schon wieder was du bist ja in der nähe von brondo na komm fluffy ok mein vogel ist komplett drin verschwunden in dem brondo ja und ich hänge an seinen naja ja ich habe mich auch gerade durchgefressen kurz ausdauer und dann den nächsten auch nicht läuft doch nicht wieder finden aber ich habe da schon mal ein bisschen was rein gefühlt dass ich hier noch etwas böses entdeckt habe und er läuft in dem wald rein welchen ja eure richtung da vorne ist er glaube ich er interessiert sich gar nicht mehr für mich penner ne der richten quetzel das glaube ich auch oh bitte äh töte es ich traue mich aber an in den scheiß weit zu fliegen dann ist es doch bloß ein scheiß brondo wisst du aber das bringt dich so ein primate nur kurz reinlegen siehst du es warte ich lege mal ein bisschen ich schmeiße das normale hinterher ja mach ich auch gerade ach du gott der brauche ewig also der ist ganz nah baue ich der giga ich guck ich halte auch schau und ui da ist nix da ist auch nix fettes ich bin ein giga da ist auch nix was ist das denn der ist doch gar nix hier da kriegt er irgendwas das ist doch hier gar nix sergeant ja hör auf mir so einen schrecken zu machen mach ich doch nicht ne du mein sergeant verarscht dich blöd nein der ist doch hier gleich um die ecke da ist ja bei dir um die ecke das ist bei der mapgröße immer noch ein halber kilometer mindestens ja sogar noch mehr mein gott was ist denn das hier am wald ich trau mich nicht abzusteigen oder so ach da fällt der Baum was bist du hässlich einfach nur hässlich der Onkel flippt aus jawohl ach Nero weil das ist ja im totalen wald stück versteckt was da hier auch immer trampelt also der giga ist nicht im wald der ist hier so auf so einem berg wie der ist auf dem berg der ist hier auf dem berg welchem rechts von euch wenn ihr den quetzler anschaut von unten nach oben ist er rechts von euch auf der ne doch nein oh gott da ist er oh gott oh gott oh gott ich kann ihn nicht ziehen er interessiert sich nicht für mich äh Yannick ja er ist mittlerweile in Sichtreichweite ne vom Quetzel aus ok oder ja doch doch knapp ich bin hier an einem Pronto dran also oh gott wie du kannst sie auf den spielfehler so lange halten ach da ist er ok ja hätte ich einen zweiten Maddiken der drauf schießt wäre es kein Problem AHHHHH na du ja greif mal an trau dich ruhig ja pass auf vielleicht kommt raus dass er seit dem letzten Abtritt noch springen kann einfach hoch so senke ich die Luft so 20 Meter kann mir mal jemand bei dem Pronto hier helfen der ist ungefähr 20 Meter hinter euch ich komme ja ich bin auch auf dem Weg hä ne bei dem nicht gern geschehen danke also ich habe hier noch ein Pronto was zum geiler ist das Schöno Bruch Sergeant was dreht dich mal um siehst du an dem Pronto nein dann dreht dich mal um siehst du mich ja dann komm mit da ist das Pronto ja bleib hier du Kackvieh ich auch nicht so ein Pronto-Ei falls du brauchst oh er kommt zu Quetzel was alter was ist das alter was ist das boah ich bin sich übel zerschrocken jetzt hat es schrägst viel noch geschrien was ein Pronto das ist scheiß T-Rex na komm 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 schon mit komm schon mit ich zieh dich wieder dahin du hast echt null Interesse du Idiot ne du hast das du hast das doch T-Rex oder bin ich doof bist du am grün ich weiß nicht vielleicht kann ich ja zwischen die Bäume sehen du hast das du hast das du hast du du hast das noch sonst so ist vorsicht der geganotto ist genau auf der anderen seite von dem weiß ich weiß ich felsen das ist ein t-rex level 96 ja gut okay das aber zu guter weiter an mir hat er interesse an dir ja leckerer zu schmecken okay ja ich will dahinter den kamm wieder ziehen wo du bist großer denn da in den drei bäumen da versteckt sich in alle drei der kleine schale schlawiner ja genau der recke soll das misty nur so lange von mir gestoppt und kippt ich und ich bin noch ein stück noch ein stück noch ein stück weil hier kommt dann nicht hoch hier kann ich dann schön drauf schießen immer unkel du hast du noch ein bisschen live klappt doch kommt das weg der kommt da hoch der drecks ist er noch hinter mir her nee der packt da glaube ich fest onkel knallst du gerade in brondo ja was den daumen gericht ich muss weg ja einschlag und ich bin auch weg aber der ist auch so gut wie weg was willst du mit dem brondo fleisch prime meat alles oh gott ich frage mich gerade wo der wo der ding ist es ja ein stück weiter weg immer noch zu wenig kriege ich dennoch ok oder vielleicht kann sich ja nicht heilen und ohne energie kann ich nichts jagen endlich doch doch der heilt sich jetzt aber wo ist denn der quetzel und wo ist denn der giganotter also ich beschiss den giganotter ja schön aber wo ist denn der wenn du vom quetzel von unten hoch schaust nach rechts gucken also nach rechts fliegen noxie weißt du das egal wo bist du ich habe keine ahnung ich war gerade bei noxie und noxie sitzt auch schon wieder weg ich habe keinen dunst wo ich bin so direkt unter mir anhelding sondern mir bin ich macht eine liebe nerven ich höre ich gespannt zu weiter bis die werkstatt experimentiere so ein bisschen rum weißt du mit den großen großen mauerteilen und so also zur hälfte haben wir schon immerhin alter wusste der quetzel na gut wir haben gar nicht zur hälfte warte ich komme ich fliege noch ein bisschen höher onkel wo bist du gerade hier wo ist hier wo bist du da ist einer direkt hinter mir das bin ich nein onkel vor mir deswegen soll direkt hinter mir fliegen wo ist der giga hier bei mir ist in der richtung wo bist du quasi von mir aus gerade aus von dir aus ein bisschen links jetzt genau hinter dir ja warte ich habe noch primate habe ich gerade gesehen ich habe noch eins was wie hast du das gesprochen janik was okay mag sich einer bei mir unten dranhängen mal ich möchte das wie ich weder team anfassen abschießen noch sonst was liegt irgendjemand weg von mir du bist du wärst das jetzt da unten bin ich ja wo ist jetzt dieser komische typ äh typ gegen oder genau hier über dem hügelkram warte ich muss aber trotzdem mal landen da ist er geh in eine arena als endboss positioniert gestückt mist ja da unten weißt du was was noch man juhu komm mit nein mein vogel ist weggeflogen komm weg komm mit ganz weit weg lockte ich jetzt innen sumpf sodass du ganz langsam im sumpf unter gehst komm also ich bin im dschungel ich sehe nichts wo ist ein mörder mein vogel dreht hier gerade durch warum wohl er riecht ihn so wo ist denn der ach da ist er hat eigentlich noch jemand den quetzel im auge nicht dass der jetzt aufwacht ne ne kann er nicht ja ja aber noxie hat jetzt gerade den giganodo hinter sich hab ich nicht ich guck mal nach dem quetzel ich bin schon längst wieder hinter euch ja ich bin fast schon beim quetzel wieder triffst du doch gar nicht von hier na klar ich schieße ich auch mit drauf du musst halt vorhalten ich schieße im feuerbein was ok nein ich will den zähmen ja viel spaß ohne mich du hast halt pech gehabt nein glück das beruht aber auch auf gegenseitigkeit er will nicht unter meiner führung sein und ich will nicht über seiner führung sein ihm geht es gut da ist alles ok wir brauchen halt nur noch ein bisschen kriegen noch so ein bronto oder sowas wäre eigentlich ganz nice ich stopp nur noch mal ach du hast gerade ok ja ja 15 stück wie braucht denn der bisschen bis gerade mal halbzeit ich mein der giga der braucht vielen der und dann noch mehr am meisten im gesamten game stell dir einfach vor du hast einen kompletten schrank voller narkopfeile das mal drei und mit feuer und bienen ach komm ich hasse das viech einfach ist mir scheißegal ist mir scheißegal wie viel das ding braucht es braucht einfach zu viele ich hätte hier ein t-rex am die ich habe hier ein stego level 8 also kannst du mal den t-rex anfangen ich komm gleich ich glaube wenn ich den t-rex anfangen hat der alter nein reite doch mal nein nicht schon wieder ne oder nicht schon wieder mongo ist keine frucht onkel ja nicht schon wieder ey onkel ey ich drehe durch onkel ich sage es immer wieder nicht schon wieder aber wisst ihr was onkel onkel wir haben dich alle lieb das weißt du ne und ähm onkel die folge ist fertig ne meinst du mal ja ok dann ist es ja ein super ähnter ach kacke man onkel ja nicht schon wieder oder ach schon wieder ich lasse es ich lasse es ich werde nie wieder an irgendeinen giganodo rangehen wenn er keinen sachen sonst wie viel äh mir irgendwas von dem pferd erzählen was er ganz toll alles machen kann und kann es dann trotzdem nicht gesundereinstellung und äh ja also ich habe jetzt daraus gelernt ähm ihr könnt auch jetzt in die kommentare schreiben ja giganodo ist mir egal ich will den giganodo nicht mehr haben und ja deswegen ich würde sagen damit beenden wir jetzt den bau vielen dank fürs zuschauen und ja holt jetzt heute noch jemand meine sachen ja ich bin dabei ich kann nicht also ich habe es ja dann alles klappt und ja dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschau'sen 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 tschau'sen